Hallo liebe Campingfreunde, ich melde mich hier heute von einem ganz besonderen Ort, weg vom Rhein, bisschen nördlicher. Wir sind hier an der Donauversickerung. Ihr seht hier, wie hoch das Wasser normalerweise fließt, an diesem Bachbett hier, aber ca. 150 Mal im Jahr versickert das Wasser hier komplett im Boden. Die fließt jetzt hier unterirdisch und taucht nur bei Starkregen wieder auf und dann wirklich bis zu dieser Höhe, also es ist wirklich ein einmaliges Naturschauspiel hier. Was treffe ich hier? Drei Wikinger. Hier ist der Stefan, besser gesagt der Ragnar, Ragnar und dann haben wir hier noch die Lady, Beatrix. Und den Manuel. Ja, Ragnar, erzähl mal, was treibt euch hierher? Dadurch, dass das Wasser jetzt in der Donau auch schön weg ist, also die Versickerung, kommen wir mit unserem Drachenboot leider nicht weiter. Ich hoffe, da hat ihr auch Verständnis und wir ziehen es nicht wie bei Vikings über Baumstämpfe hier lang. Sind Mittelalter begeistert, total, wie man ja auch sieht. Gut, manche sind noch im Anfangsstadium, aber langsam ernährt sich das Eichhirnchen. Bei mir ist jetzt mittlerweile auch schon seit über drei Jahren, das ist ein Schaukampfschwert gewesen, wird aber nicht zum Kämpfen benutzt, ist auch nicht scharf, keine Verletzungsgefahr. Dann haben wir die Rundschilder, bei ihm sieht man jetzt das Rundschild, das ist noch ziemlich neu, das hat bis jetzt nur eine Delle von mir mit der Spitze mal gekriegt. Wenn man jetzt mein Schild anguckt, was am Boden leider gerade liegt, weil ich einfach zu faul bin, das zu tragen. Ein paar Mal verletzt schon, ne? Einen Finger gebrochen, ja. Beatrix hat da einigermal schon irgendwelche Zaubertrinks rausholen müssen. Richtig. Prima, Herr Ragnar, ich wünsche euch viel Spaß und weiterhin. Ebenso. Hat mich gefreut, euch zu sehen, vielleicht trifft man sich mal irgendwie auf dem Campingplatz, wie auch immer. Prima, hat mich auf jeden Fall gefreut und falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich lasse es dem Ragnar weiterkommen. Ist okay. Prima, herzlichen. Globe Traveller, hatte ich noch gar nicht auf der Liste. Es ist ein, ja, ein sehr interessantes Fahrzeug, muss ich sagen, weil was ganz anderes, also auch von außen her. Wir sehen hier das Heck zum Beispiel, das ist mit GFK-Verkleidung, also wirklich sehr interessant. Ich würde sagen, da gehen wir mal rein in das Auto. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier im Globe Traveller Z. Wie ihr seht, vorne, das ist ein Peugeot. Er hat auch schon hier mein Lieblingsnavigationsgerät, das neue Alpine. Also das ist von dem her, würde ich das Auto gerade so mitnehmen. Auch hier Plisets drin, Getränkehalter, Getränkehalter drin. Also vorne ist wirklich alles tip top. Das Auto ist von einer kleinen Manufaktur in Polen. Die bauen so 10 Autos im Monat. Und deswegen sieht man auch noch nicht so wahnsinnig viel rumfahren. Aber ich zeige euch mal, das ist eine ganz neue Art von Kastenwagen. Und zwar, wir sehen hier ein Klappbett. Unter diesem Klappbett kann man sogar noch sitzen hier. Also das ist mega. Man kann das erweitern. Hier, wie ihr seht, kann man das auch noch rüberfahren. Eine Matratze rüberziehen und dann gibt es ein richtig großes Bett. Und ansonsten kann hier eigentlich schon, wenn es nur zur Hälfte ausgefahren ist, kann hier schon gut einer liegen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gut durchdachtes System. Wenn man es nicht mehr braucht, klappt man es einfach weg. Dann verriegelt es und dann ist das Ding weg. Wie ihr seht, wir haben hier eine schöne Raumhöhe in diesem Globe Traveler Z. Also da kann man sich wirklich frei bewegen. Ist eigentlich fast so wie ein Teil integrierter. Wir sehen hier auch die Bordelektrik, Troma-Heizung. Es ist schon ein Satellitensystem verbaut. Also das ist wirklich hier ein absolut nobler Kastenwagen. Ich gehe noch mal mit euch raus. Wir sehen hier draußen auch, dass dieser Kastenwagen einen Doppelboden hat. Hier ist die Revisionsklappe fürs Abwasser drin. Wir sehen hier einen Doppelboden, was auch schön ist. Wir können hier auf die innenliegenden Fächer zugreifen von außen. Also das ist doch alles sehr schön gelöst. Wir haben auch hier die innenliegenden Fenster. Eine Markise ist verbaut. Einen schönen breiten Tisch. Egonomisch mit natürlich der Erweiterung für den Beifahrer. Das ist alles integriert. Auch die Rückbank, die Sitzbank hier. Die ist wirklich sehr, sehr ergonomisch. Ja, auch von der Rückbank hier ist es wirklich sehr, sehr bequem. Wie gesagt, wir sehen hier eine ganze Flotte an Steckdosen. Auch wenn man mal schnell das Handy hier aufladen will. USB-Anschluss, 12 Volt, alles dabei. Hier ist die Beleuchtung integriert. Alles natürlich LED-Beleuchtung. Und wie ihr sehen könnt, vor allen Dingen, hier das Bett ist jetzt runtergeklappt. Und ich habe hier jede Menge Platz. Also wir können hier auch sitzen, wenn der Kleiner oben schläft. Überhaupt gar kein Problem. Hey, und das ist ein Kastenwagen. Also ich muss schon sagen, ich bin überrascht. Und wir haben hier auch in der Küche einen Zweiflammenkocher. Hier mit Piezo-Zündung drin. Wir haben aber auch hier in der Küche vor allen Dingen einen Riesenplatz. Also wir haben, da brauchen wir nichts mehr zum Ausziehen. Da ist wirklich Platz zum Kochen. Da freut man sich doch, wenn man da genug Platz hat. Auch hier die Schubladen, wie gesagt, kann man von außen und von innen öffnen. Auch hier wieder genügend Platz hier auch für Töpfe, was das anbelangt. Hier ist der Kühlschrank integriert. Das ist zwar ein relativ, ja, ein 80 Liter Kühlschrank müsste sein. Der ist in Ordnung für zwei bis drei Personen. Das Waschbecken auch, standardmäßig würde ich sagen. Auch hier der Wassern. Aber was halt wieder cool ist, die ganzen Schränke hier, die gibt der Gewürzschrank alleine schon. Dann hier nebendran ein schön großer Schrank für Essig, Öl oder irgendwelche Küchenutensilien. Also das ist wirklich schon hier vom Feinsten. Und wie gesagt, hier ist nochmal die Abstufung. Da vorne ist natürlich Riesenplatz, weil da das Bett ist. Und das ist schon toll. Auch hier über mir wieder eine große Dachluke. Die ist sehr, sehr weit oben. Also ich muss mich richtig strecken, um da ran zu kommen. Das Auto ist auch ziemlich hoch. Ich glaube, 2,82 Meter insgesamt. Müssen wir nochmal schauen. Also von dem her, Pioneer Boxen drin. Und wie gesagt, vorne mein Alpine Navigationsgerät. Das ist im Moment das Beste auf dem Markt, das würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal hier in das Bad rein. Ihr wisst, als Raumbad-Fanatiker bin ich jetzt mal gespannt, hier in ein Festbad zu kommen. Vielleicht kann mich das überraschen. Als erstes sehen wir hier den Lichtschalter. Machen wir mal Licht an. Und jetzt bin ich doch echt überrascht. Also jetzt schaut euch das mal an hier. Wir gehen hier mal rein. Machen wir einen ultimativen Akkutest, indem wir hier die Türe schließen. So, und jetzt bin ich hier nach oben hin. Platz ohne Ende. Wir haben hier eine separate Dusche. Ihr seht hier die Dusche, den Boden. Und da gehe ich jetzt mal rein. So, jetzt stehe ich in der Dusche drin. Ich habe genügend Platz auch wieder nach oben hin. Kann mich gut duschen. Das ist wirklich vom Feinsten her. Ich habe hier Platz ohne Ende. Die Dusche kann man natürlich hier nochmal zumachen. Auch hier diese Lichtleiste schön edel gemacht. Also die Beleuchtung hier in dem Fahrzeug ist wirklich astrein. Auch hier wieder genügend Platz, um die Klorollen unterzubekommen. Also da hat man wirklich kein Problem. Kann man ein Klopppapier mitnehmen bis zum Ultimo. Ja, das Waschbecken ist auch wieder groß genug. Auch hier der Wasserhahn. Ja, ansonsten haben wir hier eine 220 Volt Steckdose. Natürlich den Schalter hier. Also, als Raumbad Fanatiker muss ich sagen, ich bin absolut überrascht. Gehen wir mal weiter in das Schlafzimmer. Mal schauen, was uns da erwartet. Wie ihr seht, erstmal hier wenig Fenster. Hinten sind keine Türen. Das zeige ich euch gleich. Auch kein Fenster. Wir haben hier wenigstens ein Fenster drin. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, hier auch noch eins reinzumachen. Und selbst wenn nicht, man hat hier jede Menge Platz. Zwei große Einzelbetten. Eins hier über knapp zwei Meter. Und ein kürzeres. Aber ihr seht hier auch diese Wölbung. Das heißt, obwohl hier der Schrank ist vom Bad, hat hier noch eine Wölbung. Das heißt, man kann die Füße hier gut ausstrecken. Fernseher auch schon montiert. Ihr seht hier Antennenanschluss, 12 Volt. Also da ist alles schon an seinem Platz. Ja, und die Schränke hier. Also schaut es euch an. Schränke. Da kann so manch Teilintegrierter nicht mithalten. Hier drin auch wieder der 12 Volt Anschluss hier wahrscheinlich für den Fernsehen. Ist nachgerüstet worden, so wie es aussieht. Oben eine große Dachluke, dass auch genügend Licht und Luft hier in das Fahrzeug kommt. Auch hier unten dieser Bereich mit vielen Steckdosen hier wieder. Schöne Beleuchtung. Schöne indirekte Beleuchtung. Also das Konzept ist wirklich toll. Wir haben hier wieder auch USB-Anschlüsse zum Handyladen. 220 Volt, 12 Volt. Da ist alles vorhanden an seinem Platz. Also wirklich ein sehr durchdachtes Konzept. Wir sehen hier diesen GFK-Aufbau. Dort oben befindet sich das ausklappbare Bett. Wirklich sehr aerodynamisch auch. Hier ist die 220 Volt Steckdose. Hier ist nochmal ein separater TV-Anschluss. Das ist auch noch cool. Das heißt, hier kann man für draußen den Fernseher anschließen. Wenn man draußen Fernsehen schauen möchte. Weltmeisterschaft ist zwar schon rum. Sieht eher aus wie ein Bus von hinten. Aber doch irgendwie spaßig. Mal ganz was anderes. Machen wir hier mal auf. So, dann schauen wir mal hier rein, was uns da erwartet. Also hier sehen wir hier Platz für zwei große Gasflaschen. Wir sehen hier hinten ein Fach. Hier sind Fächer drin. Da ist die Bordelektrik zum Beispiel drin untergebracht. Wir sehen hier auch die Türe für den Innenbereich. Das heißt, da kann unser Hund, der Buddy, kann hier durchgehen. Hat schon seinen abgetrennten Raum. Also der Kofferraum ist sehr, sehr groß hier. Wir haben hier auch wieder den Lichtschalter. Hier schöne LED-Beleuchtung drin. Also was ganz was anderes. Also ist schon ein außergewöhnliches Konzept. Ja, und somit ist das hier wirklich ein Kofferraum. Hier kann man wirklich von einem Buskofferraum sprechen. Wir haben hier natürlich einen GFK-Aufsatz. Hier das Stück ist GFK. Die Türen wurden entfernt. Und somit haben wir hier 15 Zentimeter länger. Ja, was soll ich sagen? Das ist der Globe Traveller Voyager Z. Hier nehmen wir mal einen Prospekt mit heim. Ja, wir sehen hier den Voyager Z. Wir sind hier drin in diesem Fahrzeug. Mit einer Gesamthöhe von 2,95 Meter. Eine Gesamtbreite von 2,05 Meter. Und einer Länge von 6,36 Meter. Das Auto ist nicht ganz günstig. Also von dem her ist natürlich, das ist eine ganz andere Preisklasse. Ja, keine Ahnung, so um die 60.000. Und aufwärts wahrscheinlich, wenn man noch ein paar Optionen möchte. Ich werde mich mal erkundigen. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Gehobene Klasse. Das ist Luxusausstattung hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist einfach hier ein unglaubliches Raumgefühl. Ja, das war der schöne Globe Traveller. Ein wirklich außergewöhnliches Fahrzeug. Aber natürlich auch mit dem außergewöhnlichen Preis. Dieses Mal auf einem Peugeot. Ja, dazu muss ich vielleicht sowieso noch ein bisschen was sagen. Ich habe mich die letzte Zeit wirklich stark auch mit den Fahrzeugen beschäftigt. Mit den Grundfahrzeugen. Fiat, Peugeot, Citroën, natürlich auch Ford. Ich bin auch zu verschiedenen Werkstätten gefahren. Einmal zu einem Fiat-Hersteller. Fiat-Werkstatt, Peugeot-Werkstatt. Aber auch hier in der Region eine Ford-Werkstatt. Und logischerweise, wer hätte es anders erwartet, sagt der Fiat-Händler, ich würde mir kein Peugeot kaufen, weil das Automatikgetriebe doch sehr empfindsam ist. Der Peugeot-Händler sagt dann auf einmal wieder, ja, er würde sich kein Fiat kaufen, weil genau dasselbe Problem auftritt. Also, egal zu welchem Händler man geht, immer der, der die Marke vertritt, sagt natürlich, seine Marke ist die Beste, das ist ganz klar. Und deswegen habe ich selber mal ein bisschen recherchiert. ADAC, Testberichte, was es da alles so gibt, auch Foren. Und ich kann es einfach auf den Punkt bringen, das ist mir letztendlich egal. Ja, die AdBlue-Technologie im Citroën und im Peugeot, die AdBlue-Technologie ist ja dafür da, um den Stickoxidausstoß zu verringern. Der Nachteil ist natürlich, wenn man irgendwie vergesst, mal AdBlue nachzutanken, dann stellt das Auto ab und man kann es auch nicht mehr anspringen, weil das Auto dann einfach softwaretechnisch so eingestellt ist, dass es nicht mehr weiterfährt, weil der Umweltausstoß sonst zu hoch wäre. Ja, das sind so die Nachteile, klar, aber wie oft muss man AdBlue nachtanken? Ja, also zwischen 2.000 und 4.000 Kilometer, würde ich jetzt mal sagen, nach dem, was ich alles so gelesen habe. Also, das ist alles im Rahmen und dann ist das ja auch nicht wahnsinnig viel. Nichtsdestotrotz, den einen stört es, den anderen nicht. Wie viele Pössl sieht man mittlerweile mit Citroën-Fahrwerk? Und das kann ja nicht das Schlechteste sein. Eine Statistik ist immer da, um verfälscht zu werden. Als kleines Beispiel, ich fahre jahrelang Mietautos geschäftlich natürlich. Da ist wirklich alles dabei, von der Marke A bis Y. Ich sage jetzt einfach mal, keine Marken. Ich hatte nie irgendeine Panne, außer einem einzigen Mal. Und das war der Hersteller mit einem Stern. Aus diesem Grund sind die Silberpfeile aber keine schlechten Autos. Nur weil das das einzigste Auto war, wo er liegen geblieben ist. Also von dem her, ich gebe nichts auf solche Statistiken. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Im heutigen Stand der Technik gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass egal welches Fahrwerk und welches Auto man kauft, dass es einfach mal dem Stand der Technik entspricht. Und man kann mit jedem Auto irgendwas haben. Da muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben und weniger Pech. Und vor allen Dingen natürlich die Pflege. Das bringt natürlich nichts, wenn ich das beste Auto habe, mit den wenigsten Prüfmängeln im ADAC-Bericht. Aber ich fahre eigentlich nie in die Werkstatt. Lass es mal durchchecken. Ein kleiner Exkurs zu diesem Thema. Ja, nochmal zum Globe Traveller. Natürlich ist der Globe Traveller ein tolles Fahrzeug. Ihr fragt euch sicherlich, wenn er nicht mal der Malibu es schafft, auf die Liste vom Aki, oder dort rausgefiltert wird, wie soll es dann erst der Globe Traveller schaffen? Ja, da kann ich euch beruhigen. Der Globe Traveller, der ist die Nummer zu groß für mich, ganz klar. Zum einen ist es der Preis, zum anderen wirklich die Größe. Bevor ich mir den Globe Traveller kaufen würde, ganz ehrlich, würde ich mir einen teilintegrierten kaufen. So, aber jetzt genug geschwafelt. Ihr kennt mich. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der gerne viel redet. Außer ich bin im Kastenwagen. Und deswegen mache ich jetzt auch kurz nur eine kleine Vorschau, was euch erwartet. Ich werde demnächst noch den Ventura vor die Linse bekommen, den Clever und den Roadcruiser Revolution. Natürlich, ganz klar, als Roadcruiser-Fan muss ich den Revolution gesehen haben. Mit der schönen Höhe auch, ähnlich wie der Knaus. Wenn ihr noch mehr schöne Orte sehen wollt, aus der Region Hegau, Bodensee, Schwarzwald, drückt doch einfach auf Abonnieren. Das ist eine tolle Bestätigung für mich und heißt, ich muss noch mehr zeigen. Wie immer, lieben Gruß aus dem Hegau. Vor allen Dingen bleibt gesund. Euer Aki. Ich muss noch mehr sagen. Ich möchte noch mehr sagen. Ich muss noch mehr sagen. Wenn du schמו auf dem Hegau kannst, Ich muss noch mehr sagen. Ich muss noch mehr sagen. Ich muss noch mehr sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017